Lieber FC St. Pauli, lieber Jan-Philipp Kaller, wir möchten euch einen kleinen Eindruck davon vermitteln, was euch erwartet im August. Das sind meine Jungs, das sind natürlich noch nicht alle, aber wir sind richtig heiß, denn heute haben wir die Göttinger Uniliga Playoffs erreicht. Und demnach sind wir richtig motiviert, wir sind richtig, richtig warm für euch. Und Jan-Philipp, an dich nochmal. Du meinst uns Barkeeper zu nennen. Barkeeper, das Einzige, was wir dir einschenken, ist ein Schluck Wasser, den wirst du nämlich, nachdem wir mit dir fertig sind, brauchen. Also, wir drücken euch ganz fest die Daumen für den Klassenerhalt und sehen uns im August.